Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen wieder zu City Skyline. Wir waren ja letzte Folge stehen geblieben, hier uns mit dieser Autobahn zu verbinden. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Und ich bin am überlegen, ob wir... Ja, ich mache nur eine T-Kreuzung hin. Wir brauchen keine große. Dann bauen wir die hier an. Wenn es möglich ist. Außerdem müssen wir noch kurz die Bahn... Äh, wohl die Bahn... Wir müssen noch die Bahnschiene hier noch verbinden. Was haben wir hier letzte Woche noch vergessen? Äh, letzte Woche. Letzte Folge vergessen. Ähm, so. Und bitte einmal runtergehen. Danke. Ich will runden, ey. Oh, was verstehst du? Ich möchte gerne runtergehen. Wäre es möglich im Berg rein? Denn das ist bestimmt richtig geil. So. And hoch und raus, bitte. Der Verletztenstein. Boah, komm, bitte. Gut, dann eben so. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir das so hin. Und weiter geht's mit unserer Autobahn. Schwebt die eigentlich? So, das wird jetzt auch nicht wunderbar schön aussehen. Aber pragmatisch muss es werden. So. Ähm, ein bisschen anwinkeln. So ungefähr die Mitte finden. Gefälle zu steil. Mach mal einen hoch. Gefälle zu steil. Jetzt mich veräppeln. Das Ding schwebt. Da kann man wunderbar vieles ausgleichen. Und du sagst mir, das Gefälle ist jetzt so steil. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt, jetzt. Da geht's, oder was? Da kann ich's anschließen. Ah, da nicht mehr. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen umbauen, die Straße. So. Das kriegen wir aber schnell hin. Alles ein bisschen umbauen. Autobahn. Von da, bitte, nach. Dieser Ort ist bereits billig. Ich muss mich verarsch. Ah, scheiß, ich war in China, ey. Mein Gott, ey. Ich krieg mich wieder auf. So. Nein. Weg damit. Tschüss. So, von hier. Nach dort. Von da nach da. Und hier nach da. So. Jetzt machen wir hier noch so einen kleinen Schlenker rein. Okay, das muss man anders machen. So. Und. So. Und hier dasselbe. Ähm, perfekt. Und dann einmal bitte hier anschließen. So, einmal noch mal drehen. Perfekt. Jetzt haben wir unser Gebiet schon mal an die Autobahn angebunden. Das sieht ein bisschen kurios jetzt aus, aber es läuft so weit. Hier fehlt noch eine kleine Straße. Die bauen wir auch noch hin. Ich sag dir, wir bauen mal eine kleine Straße hin. Verlaupt nochmal. So. Ähm. Wie sieht das mit der Verschmutzung aus? Wenn ich jetzt hier eine Müllverbrennungsanlage hinbaue? Würde ich das ganze Gebiet... Fast das ganze Gebiet. Auf jeden Fall hätten wir keine Schmutzprobleme. Okay. Das bauen wir dann hier zwei Müllverbrennungsanlagen hin. Das sollte hoffentlich für das Gebiet ausreichen. Sind die mit Strom versorgt? Selbstverständlich. Die erzeugen ja selber Strom. Die kriegen die eigene Handys gegen den Strom. Sehr gut. Haben wir das auch. Mhm. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen mit unserem neuen Gebiet. Erstmal hier unser... Erstmal ein bisschen malen. Schön anmalen. Alles bis hier unten. So. Das wird unser neues kleines Viertelchen. Auch noch. Erstmal hier alles planen, machen, tun. Zuvor. Bevor wir hier, sag ich jetzt mal, die ersten Gebäude hochziehen, brauchen wir ja noch... Müll haben wir. Gesundheit. Ganz wichtig. Wenn ich das hier hinbaue und das hier hinbaue, nicht genügend knete. Ja gut, wenn die Autobahnen ein bisschen teuer sind, dann ist das halt so. So, da schalten wir aber nochmal vorher aus, weil das brauchen wir noch nicht. Und ja, Friedhöfe und sowas alles. Ich will das hier zentral an der Hauptstraße haben. Dass die einfach nur so Fahnen, Kaisfahren brauchen und dann geht das alles ratzefatze. So, Gewerbegebiete brauchen die Damen und Herren wieder. Sollen sie kriegen. Einmal bitte dichtgesiedeltes Gewerbegebiet. Dankeschön. Industrienachfrage steigt. Die geht gleich wieder runter. Wir bauen ja unsere neuen Gebiete auf. So, wir müssen das aber ein bisschen langziehen. Dann können wir ein bisschen mehr das alles ausnutzen, die Fläche hier. Da muss das halt weichen. Da haben wir trotzdem mehr Gebiete dafür. Das machen wir dann später nochmal. Gut, Immobilienprobleme haben wir weiterhin. Unser Viertel sieht auch irgendwie schön aus. Da können wir eigentlich auch mal ein bisschen erweitern bald. Ich weiß ja nicht wie. Vielleicht können wir hier noch so ein Viertel hinklatschen. Die Autobahn dann unterirdisch langführen. Das kriegen wir noch alles hin. Da könnt ihr mal gespannt drauf sein. 10.000, 37.000. Könnte ich doch bestimmt schon als nächstes nicht kaufen. Krematorium brauchen wir auch. Setzen wir eins hier hin, eins dahin. Wenn wir genug Geld hätten. Das geht hier alles schon auf später zu. Hier haben wir noch freie Flächen für Wohnungen. So und so langsam reißen wir auch mal hier die Industrie ab. Damit wir hier unser Ei entleeren. Das entleert sich. Das ist noch bei 6%. Vielleicht will die hier weg haben. Gebäude verschieben geht nur wenn es leer ist. Hehe, schön. Dann. Achja, ich wollte ja hier das Gebiet weg machen. Damit wir hier schon mal die erste Ruhe haben. Seht sich hier schon, ziehen sie alle aus. Sollte das hier auch schon mit dem Verkehr ein bisschen besser laufen. Strom. Hehe, jetzt haben die ja gar keinen Strom, weil da kein Industriegebiet mehr herrscht. Schwupps, haben sie wieder Strom. Gut. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sollten vielleicht die auch nochmal mit Sicherheit selber mit denen hier verbinden. Dass das unser großer Industriezweig hier vernünftig läuft. So, kann ich irgendeinen Kredit schon günstig abbezahlen, dass wir wieder Geld kriegen? Jetzt zahlen. Zahlen. Aufnehmen. Ja, ich möchte gerne meinen Kredit zurückzahlen. Willberge. Warum? Ja, wegen dem Verkehr. Das Verkehr ist, das, 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 das Verkehr. Der Verkehr ist halt das Problem. Weil wir noch, uns noch nicht genug drum gekümmert haben, das zu fixen. Und demnach halt dadurch passiert, dass es manche Sachen wie Müllfahrzeuge und so einfach nicht mehr durchkommen. Aber das, wenn, in den nächsten paar Folgen sollte das sich eigentlich gelegt haben. Lassen wir mal hier noch eine Anbindung machen. Warum wollen die von hier nach da? Warum wollen die von hier nach da? Willst du hin? Gute. Der kommt von da? Will hier hin. Will da hin. Mal hört er nicht so. Ist ja blöd. Willst du hin? Okay, anders. Wir gucken uns mal einen von denen hier an. Wo möchtest du bitte hin? Hier, um dann... Okay, das ist logisch. So, gucken wir uns mal einen anderen an. Du, willst du hin? Da hin. Gut. Hier haben wir auch eine zweite. Da müssen wir nochmal gucken und da müssen wir nochmal später genauer hinschauen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir können unser Krematorium bauen. Ja gut, das läuft halt noch nicht, weil es kein Wasser und kein Strom hat. Und unser Wasserproblem haben wir ja immer noch, weil wir nichts miteinander verbunden haben. Außerhalb der Stadtmauer. So. Das haben wir. So, wir haben Strom. Wir haben Polizien. Gesundheit, die noch nicht vorhanden ist. Feuerwehr brauchen wir jetzt erstmal. Feuerwehr ist ganz wichtig. Hier hin. Und Polizei brauchen wir. Wie viel brauchen wir dafür? 60.000. Okay. 60.000, die bauen wir auch noch gleich schnell hin. Um dann quasi die ersten Gebiete hier zu öffnen, dass es dann hier endlich losgeht so langsam. Weil dann haben wir ein neues Standbein, was uns Einkommen bringt. Industrie können wir jetzt nochmal ganz schnell bauen. Polizei. Ah, wir haben ja hier gar keine Polizeistation. Wo brauche ich das jetzt ein bisschen hin? Hier hin ist doof. Ah, ist doch kacke, wenn ich die hin baue. Wenn ich die hin baue. Wenn ich die hier hin baue. Wenn ich die hin baue. Brauchen wir das erstmal hier hin. Dass hier erstmal ein bisschen Polizei erstmal herrscht. So. Das ist nicht die beste Lösung. Das ist zumindest erstmal eine Notlösung. Unterbrochenes Stromdrechnen. Ein Stromdrechnetz? Wo? Warum? Warum haben wir hier keinen Strom? Kann mir einer verraten? Hm. Ich weiß warum. Weil hier die ganzen Häuser waren. Und dadurch die vernetzt miteinander sind schon automatisch. Ist es dann auf einmal hier zappendußer geworden? Haben die hier Polizei? Die haben doch hier Polizei. Was sollen die denn rum mit Verbrechen und so? So, was habt ihr für Wehwehchen? Kranke Bürger. Der Boden ist verseucht. Ja, hier ist ja auch eine Müllhalde. Weg damit. Wie viel hast du noch? Ein Prozent. Okay. Bring deinen Müll weg. Wenn du deinen Müll weggebracht hast, schließe ich dich sofort und bist gleich weg. Bist du jetzt langsam fertig? Hallo. Oh, wie schön, dass hier so alles langsam so eine Kleinstadt wird. Das ist doch so toll. Alles hier am wuseln, rumwuseln. Ey, kann doch nicht wahr sein. Das ist in den Wochen hier immer so einen blöden Ein-Prozent-Müll weggebracht. So, aus. Weg. Tschüss. So, wie viel haben wir hier? 20. 17. 19. Müssen wir am Ende der Folge nochmal gucken. Aber weißt du, wir bauen jetzt schon mal unsere Gebiete hin. Polizei kann ja nachrücken. So, das bauen wir hier. Unser erstes Gewerbegebiet hin. Und dieser Stein macht jetzt einen Abflug. So. So langsam wird die Stadt lebendig. So, und die schalte ich schon mal an. Oh, wie glücklich die Leute sind. Ja, hier. Bauen wir. Mal Steuern machen. Was sind unsere Steuern eigentlich? 11%. Ah, wir sollten mal vielleicht die auch ansetzen auf 11%. Dann ist es wenigstens alles gleich. Das läuft gut. Das läuft sehr schön sogar. So, jetzt müssen wir aber hier, hier und dort. Obwohl, Strom müssen die doch eigentlich hier haben. Okay. Dann bauen wir hier schon mal unsere ersten Wohnungen hin. Aus dem Grund sage ich jetzt mal nicht, dass sie hier so verteilt die Gebäude bauen. Dann holen sie rum. Hier, wir haben hier keinen Strom. Weil das und das. Polizia. Polizai. Haben wir ne wahr? Die haben wir jetzt Polizei. Wir haben Feuerwehr. Schulen fehlen noch. Kommt noch. Kommt alles noch hierher. Sie ziehen aber noch nicht hier ein. Hier haben wir einen Kreisverkehr mit Ampeln. Das will ich aber nicht. Das soll hier eine Vorfahrtsstraße werden. Kreuzungen ausschalten. Stopp. Ne. Doch, Stopp. Und. Ja, wir brauchen noch keinen Stopp. Okay. Da, das Ampeln erstmal da. Und müssen wir mal gucken. Das sollte eigentlich, ich hoffe, das reicht. Naja, aber ich kann mir schon denken, dass das, sei ich jetzt mal früher oder später, zum Problem wird. Weil sie dann alle hier wohin wollen oder dann alle nach da hin wollen. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht dann von zwei Seiten hier andocken. Dass man quasi einmal hier direkt auf die Autobahn kommt und nach da. Dass man mal guckt, was geht schneller. Hier hast du die Autobahnen. Ob die dann schlau sind. Okay. Wir nehmen zwar den längeren Weg, aber den schnelleren Weg. Deswegen müssen wir da mal gucken. Hier bauen unsere ersten Gebäude, äh, Büros auf. Was haben wir hier einmal? Wir haben hier die Clownsfabrik. Und einmal... Was ist das für ein Gebäude? Kann ich das ansehen? Nein, 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 nein. Lösch, Löschung. Ist auch so eine Löschung, Junge. Lösungen. GmbH. Kundendienst... Und... Spitzenbanking. Äh, die verarschen dich nur. Du musst aufpassen, da werde ich kein Geld eingeben. Ja, warum haben die keinen Strom? Eben. Weil die außerhalb dieses Bereichs sind. Das heißt, die müssen sich jetzt langsam hier mal hochziehen. Deswegen habe ich das nur hier so gemacht. Dann müssen wir mal hochziehen, dass die nach und nach kommen, um dort ihre... Stromverknüpfungen herzustellen. Oh, diese Steine. Wenn ich ja hier ein komplettes Gebiet ausdachte, dann will ich auch komplett haben. Mann. So, das sollte ja reichen. Die sollen wir von links nach rechts ziehen. Ja, genau. Dann holt ihr aber hinten nicht rum, dass ihr keinen Strom habt. Doch, die haben ja Strom wegen den Dingern hier. Alles gut, hab nichts gesagt. Die haben jetzt wohl auch Strom. Das ist super. Da bin ich mal gespannt, wie das hier alles so läuft nach einer Zeit. Da achten wir mal drauf. Gewärme geht hoch. Dann können wir doch schon mal hier weiter an Wohnungen setzen. Und wir bauen hier auch gleich mal unsere erste Grundschule hin. Wir bauen eine hier hin und eine da hin. Gut. Oberschule. Das sollte unser Arbeiterviertel werden, richtig? Genau. Das sollte auch ein Arbeiterviertel werden. Genau. Und hier haben wir das Problem, dass zu wenig da sind. Gut. Dann bauen wir hier noch schnell eine Oberschule hin. Da sollen die Studierten werden. Genau wie hier unten. Das soll alles hier Bildungsviertel werden. Wo hier eine Uni steht. Von mir aus auch zwei, wenn da Bedarf da ist. Was haben die da getwittert? Schon wieder ein Stromausfall. Wenn es keinen Strom gibt, kann ich auch noch nicht mal die Stromwerke anrufen und dann mit ihnen eine E-Mail schicken. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Außer du hast quasi ein Telefon, ein Smartphone, heißt es ja so schön, wo du das einfach machen kannst. So. Kaum hier und schon die ersten Probleme. Nicht genügend Verkaufswahn. Warum kommen die nicht an? Was ist denn hier los? Ähm, ja. Ähm, das ist doof. Warum? Muss ich mal hier ausschalten, dass die einfach komplett nachrücken sollen. Einfach nachrücken. Kommt alle hier so schnell macht schnell. Jungen, war all dich. Ähm, was war denn das nochmal? Welches Icon war das? Das war die Verknüpfungen. Tempolimits, Fahrzeugbeschränkungen, Fahrgverbote, Kreuzungen, Kreuzung-Einstellung, V-Fahrzeuge, Ampeln, Noelle-Ampeln, Zeitgestellte-Ampeln, Kreuzung-Beschränkungen. Ja, komm, hier, könnt alle hinterher so. Zack, zack. Der Keiler ist, könnte auch einfach fahren. Das ist immer dieses Schnecken-Beschränkungen, dieses Tuck, 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 Tuck. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass die hier alle zusammen wollen. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz fixen. Alle, die hier sind, sollen da bleiben. Und alle, die da sind, sollen da bleiben. So, das gleiche gilt auch für die. Jetzt wird vielleicht der Verkehrsfluss ein bisschen flüssiger werden. Ja, jetzt sitzen es auch drei Fahrbahnen. Konnt aus. Und dann können sie sich hier wunderbar verteilen, wo auch immer die hinwollen. Das ist ein Bild. So hat man Verkehr. So staut sich das hier nicht komplett. So. Es sind immer dann diese Leute im Straßenverkehr, die dann der Meinung sind, okay, ich muss hier komplett, von komplett ganz nach links, ganz nach rechts. Und dann hast du das Problem, dass sich das hier unendlich staut. Und die sollen, sag ich jetzt mal, bei uns auf der Straße, da hinten auf der Straße, da ist eine langgezogene Straße, da können sie sich gerne austoben. So. Das läuft auch hier alles flüssig. Wir sehen das irgendwie. Jetzt staut sich das hier, ey. Wir nehmen dann den nächsten Punkt. Und dann gehen wir, wollen wir da rüber, wenn du sagst, nee, das geht nicht. Oh Gott. So. Am liebsten so eine Viererstraße. Wir haben hier so viel Verkehr, da würde ich noch nicht mal sagen, okay, wir bauen eine Straße nur für... Moment mal. Ich bin gerade am überlegen, ob man sich nicht mal dieses neue DLC... Was heißt neue DLC oder eins der DLCs kauft? Ähm... Mass... Transit? Auf jeden Fall ist das ein DLC, was viel Verkehr hat. Ob ich mir das nicht mal demnächst hole. Weil dann gibt es auch vierspurige Autostraßen. Vierspurige Autobahnen. Dann könnte man sagen, okay, wir bleiben bei drei. Und die vierte ist quasi die ganze für Servicekräfte wie Polizei, Feuerwehr oder Müllabfuhr. Das extra, das für das... Die für die ist und für Busse. Was sie dann von A nach B richtig schnell kommen. Ohne hier im Stau zu stehen. Bei meiner zweispurigen Autobahn. Ihr seht das, wie es hier schon ein bisschen rumfrimmelt. Warum löst sie sich jetzt nicht mal hier auf? So, jetzt haben wir hier den nächsten Knotenpunkt. Ey, das ist so eine... Ja, ich glaube, ich sollte mal damit aufhören. Wir sollten mal gleich mal weiter auf unsere Gebiete hier schauen. So. Hier haben wir schon das erste verlassene Gebäude, weil der Verkehr hier das Problem gibt. Und hier sind wir wieder beim Verkehr. Alles Probleme macht das hier. Alles verschmutzt. Hier ist es am Brennen. Da kommt keine Ware an, weil die hier alle stehen. Weil hier Wilfried aus Westfield, nächster Besitzer, Westfield, Wilfried Westfield, importiert Waldprodukte nach Bekleidung GmbH. Der Meinung ist, ich muss von ganz rechts nach ganz links, um anschließend... Okay, rechts abzwingen. Okay, ich sag gar nichts. Aber trotzdem, das ist immer dann so... Wenn ich schon weiß, okay, ich muss links abbiegen, dann fahre ich nicht ganz rechts und dann anschließend hier... Äh, äh... Verdammt, meine Meinung nach habe ich mir viel geleitet. Ich muss hier rüber. Könnt ihr den Verkehr nicht mal ein bisschen integrierter machen? Dankeschön. So. Müllprobleme, das sollte jetzt sein. Und dann sehen wir mal weiter. Das heißt, in der nächsten Folge kann das sein, dass diese Zahlen hier 2027 nicht mehr stimmen. Da haben wir am Verkehr was getan, hoffentlich. Und, ähm... Das soll auch für diese Folge wieder reichen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder um 16 Uhr für eine weitere Folge City Skyline. Bis dann sag ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis denne. Da. Das hat er immigrantsankt. Und also haben wir uns da, der Tu acontecer.